Liebe Wasserfreunde, jetzt werde ich oft gefragt, was ist der Unterschied von basischen Ionisierern zu Mr. Water Ionisierern? Also, das Endergebnis in der Millivolt Anzahl messbar ist gleich. Mehr oder weniger tut sich das nicht viel weh, je nach Messgerät, Messmethode, aber man kann schon sagen, dass die beiden Werte gleich sind. Der ganz, ganz große und entscheidende Unterschied ist, dass wir glauben, dass die Natur uns den Weg weist, nämlich wir setzen auf reinstes, sauberes Gletscherwasser, hexagonal, ohne Mineralisierung, ohne Mineralien, denn die Mineralien bekommst du immer und da werden sie nirgends auf der Welt etwas finden, das sagt, ja die Mineralien aus dem Wasser haben jetzt eine gesundheitliche Bedeutung. Also die Mineralien plädieren wir dafür und leben das auch entsprechend, dass man die aus Säften macht, aus Gemüsen, denn es genügt nicht nur Kalk und Magnesium, vor allem Kalk ist ja ein ganz heißes Thema. Ich zitiere da nur den Dr. Levy, Tod durch Kalzium, mit 80 Seiten Studien, 80 Seiten Nachweisen, dass das hochumschrittene Kalk, Kalzium, dass das gesundheitlicher Relevanz wäre. Dr. Levy behauptet das Gegenteil und wenn man halt manche Kalkschultern oder manche verkalkte Leute anschaut, so gebe ich dem schon recht, denn Kalk gehört ja vor allem in die Knochen und in die Zähne, aber bitte nicht ins Bindegewebe oder so. Also das sind zweierlei verschiedene Ansätze, jeder glaubt, der hat die Weisheit jetzt mit dem Löffel gefunden, gefressen. Also wir orientieren uns heute an dem Wasser, was vom Himmel kommt, ans saubersten Wasser und so wie wir es heute in Krimmel oder am Pitzbuin oder in Hochgebirgsquellen finden oder schlicht und einfach wie Lauretaner, Plose und Black Forest. An diesen Werten orientieren wir uns. Also Wasser komplett ohne Kalk, ohne Fremdstoffe, ist sauber gefiltert, denn die Filtration bei diesen Ionisatoren, das sind ja praktisch Auffangbecken und da heißt es, das Gute kommt ins Kröpfchen und das Schlechte bleibt im Töpfchen, aber du weißt nie, wann das Töpfchen überquillt und Nitrat und sowas wird ganz schlecht oder gar nicht rausgefüllt und man sieht es an dem Bild auf der rechten Seite, da haben wir 339 TDS und wir machen im Prinzip genau dasselbe an der Redox, aber das TDS bei uns ist nicht 339, sondern 10 bis 30, also eine Kommastelle einfach nach links verrutscht. Dadurch haben wir also keine Ablagung, kein Kalk, kein Teekocher wird je mehr verkalken und die Mineralien immer natürlich als Spezialempfehlung einfach aus Bananen, weil das Wichtigste zum Beispiel ist einfach Kalium und Sie werden kein Wasser auf der Welt finden, das mehr als 10 Milligramm Kalium hat, denn das ist gesetzlich gar nicht erlaubt. Du brauchst aber am Tag ca. 4000 Milligramm Kalium. Wo ist jetzt der Widerspruch? Kalium aus dem Wasser kommt natürlich über die Pflanzenschutzmittel, über die Düngemittel vor allem, aber Kalium in Obst und Gemüse, vor allem in Brokkoli und da gibt es ganz tolle Auflistungen, die filtern, schauen Sie einfach nach im Internet, kaliumreiche Ernährung und diese Ernährung, diese grüne Ernährung, das ist basisch, das macht eine wunderbare Geschichte. Schauen Sie basische Nahrungsmittel und Sie werden auf alles stoßen, was köstlich und gut ist, aber das basisches Wasser, basisch Verstoffwechsel, den Nachweis habe ich so noch nicht gesehen. Da gibt es auch unseren Mineralienreport dafür, diesen sogenannten Geheimreport Mineralien. Wir werden das jetzt ergänzen durch eine ganze Liste von wunderbaren Lebensmitteln, die alle basisch Verstoffwechseln, also zum Beispiel Zitrone ist ja auch sauer und Verstoffwechsel basisch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das völlig transparent. Nummer eins, Sauberkeit, Reinheit, Zellverfügbarkeit des Wassers. Nummer zwei, einfach Energie und der Königsweg ist natürlich der Redoxwert oder der freie Wasserstoff und da von diesen drei Kriterien haben die sogenannten basischen Ionisierer eines mit uns gemein und das ist der freie Wasserstoff und ich vermute, dass das auch dieses Geheimnis war von diesen sogenannten koreanischen Legenden oder in Japan, aber wie gesagt, ich trinke jetzt persönlich jeden Tag drei Liter von diesem Wasserstoffwasser mit minus 300 bis minus 400 Millivolt, es bekommt mir ausgezeichnet, vor allem es läuft sehr leicht runter, ich habe keinerlei Kalk, es kratzt nichts und mir geht es damit richtig gut und somit auch sehr vielen anderen Leuten. Es ist schon sehr wirksam, es ist eine wunderbare Geschichte, aber halt immer auf Basis sauberstem Wasser. Das ist der große Unterschied, von uns, gell? Alles Gute, Servus, Ciao.